Musik 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 Ich will es sauber machen, die Kappe eigentlich mal. Der war auch die längste Zeit lebendig. Ich glaube gerade eben noch mal einer von dir übergeschossen, oder nicht? Ich glaube, wir haben ihn in there. Arthur! Wir haben John verloren. Kiegel? Arrestiert. Ich kann nicht helfen. Wir besser gehen, wir werden nächsten Mal. Was denkst du? Ich glaube, ich und Lenny versuchen, einen Weg zu finden. Wenn du uns verletzt hast. Klar, klar. Los geht's! Wir können hier rauskommen! Ist der jetzt auch noch tot? Jetzt haben wir allen Endes auch noch Lenny verloren. Arthur! Hallo! 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 Was? Wachst du über 연습st molecule? Alles klar? Unserussia Schmuck? Wachst du dann? Wachst du diesen Menschen? Alles klar? Wachst du sie? Ne, nicht erst. Wachst du sie? Wachst du sie! Wachst du hier! Alle hier her! Du, hast du, diese Menschen? Looks like they're heavily patrolling around here. Arthur! Arthur, we can get in here. Come on. I don't believe it. They knew we were coming. Just like your ferry job in Blackwater. Ain't nothing like that. What now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. How long are we going to stay here? A few hours? We go back to camp. They're going to get every last one of us. I know they're going to be watching the roads. I got it. A boat. What do you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah. Where? Any place will do. That's all I got. We leave. We lie low. We come back for the rest in a few weeks. I'm guessing it's that. We die out there right now. Exactly. Now, everybody. Calm down. I mean, look at us. Okay. Follow me. And keep your heads down. Die Votaten! Komm schon! Ich höre voices. Take your attempts. Alle bleiben, jetzt! Die Rats werden aus ihren Hubschrauber kommen. Wir sollten sie in Blackwater haben. Das wird nicht wieder passieren. Wir können nicht hier bleiben. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen durch die Ratschein. Segen Sie mich. Wer hat jemanden gehört? Auf der leften Seite. Bleiben Sie. Wie kann ich denn noch mal geduckt laufen? Wie kann ich denn noch mal geduckt laufen? Hm. Ja, jetzt haben sie uns natürlich direkt wieder entdeckt, weil ich geschossen habe. Wie kann ich noch mal geduckt laufen? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Musste ich einen Stick eindrücken? Hm. Hm, 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 hm. Wie ging das noch mal? Ich weiß, wie ich in Deckung gehen konnte. Ah ja, linken Stick eindrücken. Warum sind denn jetzt meine Waffen weg? Boah, super. Was? Wie ist denn? Ja, sieh. Wir müssen durch den Treinen, Arthur. Komm, schieb es. Füße dann wenn es klar ist. Einmal ist kommen. Geh zu dem, nach der Seite. Geh zu und bleib aus der Seite. Oh, das ist so spannend. Ich weiß nicht, ob ihr gerade meine Playsee hört, die raumt ohne Ende. Okay, dann. Shit, stop, Arthur. Oh, dammit, we're never gonna get past these fellas. Arthur, head over to the water, see if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know, make a noise, whistle or something. Jenkins, is that you? Huh, what was that? Okay. Das hat schon mal funktioniert. Das hat schon mal funktioniert. Warum hab ich das blöde Gefühl, wir werden hier heute Nacht noch mehr verlieren. Mehr als nur Hosea und Lenny. Was denn jetzt? Well, at least we got some gold. I'm sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John, Lenny, Jose, that wasn't good. I don't know. So what are we gonna do now? Guess I'm gonna introduce myself to the captain. Give him some of this gold to secure his silence. And find out where we're heading. Captain, how do I look? Like a shifty, no-good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella. A New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip a shore in northern Cuba in a couple of days. That's so, apparently. What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our families. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So, you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is Don and Dustin. Let's hope so. I ain't no sailor, but, uh... That cloud look like good news to you? I don't know, but we are getting off of this boat. Come on. Would you get a move on, you sleepy bastard? You gonna head up right behind you. Jesus. Dutch. Dutch! I'm okay. You? Yeah. This ain't moving. No. Yeah, you going ahead. Try and find another way. Oh, goddammit! Arthur! 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 Ah! Untertitelung des ZDF, 2020